Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu unserem heutigen Gespräch mit dem Schriftsteller Volker Kutscher. Bevor wir das Gespräch beginnen, möchte ich einige Informationen zum technischen Ablauf mit Ihnen teilen. Es gibt zwei Sprachversionen. Unten sehen Sie rechts, unten sehen Sie den Globus. Da sind die Sprachen. Wenn Sie draufklicken, gibt es zwei Sprachen. Einmal Deutsch, einmal Japanisch. Japanisch ist nicht Japanisch, sondern Ungarisch. Also wenn Sie die ungarische Sprachversion wählen, dann bitte dann auf Japanisch drücken. Das sage ich auch auf Ungarisch. Also das ist ein Globus, ist ein Dolmetschen, oder Translation, oder Dolmetsch. Es gibt zwei Sprachen, es gibt ein Niemens, es gibt ein Japanisch. Ich wünsche euch das, wenn ich die Engage möchte. Das Gespräch wird aufgesagt und wird nächste Woche auf dem YouTube-kanal des Instituts erreichbar sein. Fragen kann man während des Gesprächs im Chatfeld stellen. Da müssen Sie einfach auf den Chatknopf drücken und Ihre Frage hineintippen. Und jetzt möchte ich gerne das Feld räumen und das Wort dem Übersetzer und Literaturwissenschaftler Imre Kunde übergeben, der mit unseren Gästen heute Abend das Gespräch führen wird. Dankeschön. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Leserinnen und Leser. Und erlauben Sie mir, dass ich auch gleich Herrn Volker Kutscher willkommen heiße, der, ich glaube, im Moment in Köln sitzt. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn wir dieses Gespräch so hätten machen können, dass wir alle in einem Raum sitzen und aufeinander reagieren können. Aber das ist leider jetzt diese Technik dazwischen gestaltet. Ich freue mich auf jeden Fall, dass dieses Gespräch trotzdem zustande gekommen ist. Und ich begrüße gleich auch Herrn Robert Schöß, der auch nicht ganz zufällig da ist. Der konkrete Anlass unseres heutigen Gesprächs ist nämlich das Erscheinen des vierten Bandes, einer Romanreihe, dessen Autor Herr Kutscher ist. Es handelt sich um die Kriminarromane oder auch historischen Romane, je nachdem, um den Kriminarkommissar Gereon Rath. Der erste Band dieser Reihe ist 2007 mit dem Titel »Der nasse Fisch« in Deutschland erschienen. Und die Reihe erreichte gerade voriges Jahr den achten Band mit dem Titel »Olympia«. Wie gesagt, der Anlass des heutigen Gesprächs ist, dass der vierte Band in der Reihe gerade »Ungarisch« in der Übersetzung von Herrn Robert Schöß bei dem Generalpressverlag erschienen ist. Und Herr Schöß ist natürlich nicht nur der Übersetzer des vierten Bandes, sondern er hat auch alle bisher erschienen Gereon Rath-Bände ins Ungarische übersetzt. Ich möchte gleich sagen, ich hoffe auch auf eine badige Fortsetzung. Denn es handelt sich um Bücher, die mich auch persönlich sehr angesprochen haben. Und ich freue mich wirklich, dass Herr Kutscher sich die Zeit genommen hat, mit uns dieses Gespräch zu führen. Ich habe mir den Ablauf so vorgestellt, dass wir nicht direkt zum vierten Band kommen, sondern zuerst ein paar allgemeine Fragen in Bezug auf die Serie als Ganzes besprechen. Und dann werden Sie sich auch einen Abschnitt aus dem dritten Kapitel des vierten Bandes auf Ungarisch anhören können. Und dann werden wir auf den vierten Band fokussieren. Ich beginne mit ein paar Daten. Also wie gesagt, Herr Nassef ist der erste Band der Gereon Rath-Reihe ist 2007 auf deutscher Schienen. Und die Akte Vaterland, der vierte Band, 2012. Und da gibt es noch etwas, was wahrscheinlich viele von Ihnen wissen, dass die ersten zwei Bände dieser Romanserie, der nasse Fisch und der Stimme tut, als Vorlage dienten für eine Fernsehserie, die wirklich gute deutsche Regisseure gemacht haben, Babylon Berlin. Und diese Serie wurde ab September 2017, beziehungsweise die erste Staffel dieser Serie, wurde ab September 2017 ausgestrahlt. In Ungarn ist es allerdings ein bisschen anders. Nämlich der erste Band mit dem Titel Distasotlambün bis 2014 erst erschien. Und wie gesagt, jetzt haben wir auf Ungarisch gerade die Hälfte der Serie mit. Die Akte Vaterland auf Ungarisch, Also ich glaube, die Romane von Herrn Kutscher waren in Deutschland schon vor der Serie Babylon Berlin populär und erfolgreich. Also für das deutsche Publikum gilt sozusagen Babylon Berlin als der Film zum Roman, beziehungsweise zu den Romanen. In Ungarn dürfte die Situation, wenn nicht gerade umgekehrt, doch ein bisschen anders sein. Denn ich gehe davon aus, dass die Aufmerksamkeit für die Romane eigentlich erst durch die Serie beziehungsweise dadurch entstanden ist, dass die Serie auch für das ungarische Publikum zugänglich geworden ist. Und darauf würde jetzt meine erste Frage an Herrn Kutscher beziehen. Finden Sie diesen Unterschied relevant? Also ob die Romane als, ja, ob der Film als Film zum Buch gilt oder umgekehrt ihre Romane als Bücher zum Film gelten? Und meinen Sie, dass es relevante Folgen haben könnte für die Rezeption? Ja, guten Abend erstmal alle zusammen. Ja, ich bin ja der Autor der Romane und als solcher ist es für mich natürlich so, das ist die Verfilmung meiner Romane, eine Adaption meiner Romane. Und es ist mir aber eigentlich relativ gleichgültig, ob Menschen über die Bücher zur TV-Serie kommen oder umgekehrt, wenn da Interesse geweckt ist, weil auch beides relativ unabhängig zueinander existiert. Also die Autoren der Fernsehserie, das sind die drei, die auch die Regie geführt haben, haben sich schon auch eine ganze Menge Freiheiten genommen, um die Geschichte zum Teil deutlich auch anders zu erzählen, was ich Ihnen auch eingeräumt habe. Mir war halt wichtig, dass sie den Kern meiner Erzählung, das worum es mir geht und das ist letzten Endes, wenn man so will, neben der Kriminalhandlung zu erzählen, wie eine Demokratie vor die Hunde gehen kann, wenn sie da nicht dran rütteln. Und das haben sie bislang ja auch nicht getan, aber es sind wirklich, man erfindet eine ganze Menge Handlungsstränge in der Fernsehserie, die es in den Romanen nicht gibt und auch umgekehrt. Und von daher glaube ich, ja, man kann wirklich beides unabhängig voneinander genießen und die Reihenfolge ist da eigentlich egal, ob zuerst Roman, dann TV-Serie oder umgekehrt. Also wenn einem das eine gefällt, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass einem das andere auch gefällt. Ja, Sie haben über den Kern gesprochen und dass der Kern eigentlich unangetastet geblieben ist. Mich würde aber interessieren, was ist dieser Kern? Nämlich, ist dieser Kern das historische Milieu, das Sie in Ihren Romanen rekonstruieren? Also um vielleicht da auch etwas präziser zu werden. Die Handlung des ersten Romans spielt 1929 in Berlin und Geryon Rath, der Mitte, dann den nächsten Roman ebenfalls Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre in Berlin für die Berliner Mordkommission, obwohl er nicht gebürtiger Berliner ist, sondern aus Köln kommt. Darauf kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen. Also was ist der eigentliche Kern? Das historische Milieu, die Krimiplots oder die Charaktere? Die Frage stelle ich schon aus dem Grunde, weil ich schon, so wie ich schon früher darauf hingewiesen habe, werden Ihre Bücher unter verschiedenen Rubriken verhandelt? Mal werden sie als Kriminalromane bezeichnet, werden sie aber wiederum als historische Romane bezeichnet. Und ich würde noch weiter gehen, also für mich ist gerade dieser vierte Band auch ein Gesellschaftsroman und zwar ein recht interessanter Gesellschaftsroman geworden. Ich könnte auch politischer Roman sagen, aber dann haben wir schon Fehlbezeichnungen. Wir haben noch immer keine Antwort auf diese Frage nach dem Kern. Ja, ich bin tatsächlich, was diese Kategorien angeht, diese Schubladen, in die man bestimmte Arten von Roman, Literatur stecken kann, nicht auch kein großer Freund. Von daher, es ist wirklich tatsächlich beides oder nicht mehreres. Es ist ein politischer Roman, es ist ein Gesellschaftsroman, auch schon der allererste ist das eigentlich. Es ist ein Polizeiroman, eine Unterart von Kriminalroman. Historisch ist es auch. Aber ich habe mich von Anfang an auch gegen diese ganzen Schubladen gewehrt. Ich wollte die nicht haben bei der deutschen Ausgabe, dass da draufsteht, historischer Kriminalroman. Also, weil ich habe gedacht, es ist beides. Es ist historisch, es ist auch ein Kriminalroman. Aber ich denke, es ist ja zum Beispiel so bei, wie heißt der jetzt hier, der grüfte amerikanische Autor, der L.A. Confidential gemacht hat. Ich glaube noch nicht auf den Namen. Jedenfalls, der schreibt Romane, die im Los Angeles der 40er, 50er Jahre geschehen und kein Mensch käme auf die Idee, zu sagen, das ist was Historisches. Deswegen, es ist es, aber es ist, glaube ich, auch mit dem Hinblick auf die heutige Gesellschaft zu lesen. Das hoffe ich jedenfalls, dass man das tut, dass man nicht nur dann sagt, ach ja, damals war das so und so. Und heute haben wir diese Gefahren nicht, dass eine Demokratie in ihren Grundfesten bedroht ist. Weil das haben wir, glaube ich, heute in so fast allen demokratischen Staaten, das ist in Ungarn nicht anders als in Deutschland, dass die parlamentarische liberale Demokratie, die auf vielen Freiheiten ja gründet, die sie aber auch erst ermöglicht, wie die Pressefreiheit, die eine Rechtsstaatlichkeit braucht und solche Dinge, dass die in Gefahr ist. Und da sind wir schon bei einem, einem der Kerne, es sind wahrscheinlich schon auch mehrere, die man da nehmen muss. Aber für mich der wichtigste ist, das, was ich eben auch schon habe anklingen lassen, dieses Versuchen nachzuerzählen, wie das damalige demokratische Deutschland, die erste demokratische Republik auf deutschem Boden, wie die zu der schlimmsten aller Diktaturen des 20. Jahrhunderts werden konnte. Das kann man mithilfe, da ist sehr viel historisch geforscht worden, mithilfe der Geschichtswissenschaft kann man da sehr viele Antworten geben, wie es zu diesem Weg kam, wie die Demokratie zunächst langsam, ja, zerbröselte im Grunde genommen und wie dann in dieses Machtvakuum die NS-Diktatur dann gestoßen ist. Und dennoch, ich habe auch Geschichte als Nebenfach studiert, hat mich immer die Frage nie ganz losgelassen. Also diese Frage wurde nie völlig zufriedenstellend beantwortet, dieses Warum, wie konnte das passieren in Deutschland. Und deswegen glaube ich, dass, ja, die Fiktion, sie macht ja Folgendes, die Fiktion lügt, sie findet Geschichten, die so nie passiert sind, also lügt sie, wenn man so will, aber sie macht das zu einem ziemlich edlen Zweck, weil sie möchte da mit der Wahrheit nachspüren. Und zwar mit dem Mittel der Empathie, dass man sich als Leser hineinversetzt in die Figuren des Romans und aus deren Perspektive die damaligen Zeiten miterlebt. Das ist sozusagen mein Experiment, für das ich mir auch ganz bewusst viel Zeit lasse und viele Bücher vorgesehen habe. Sie haben es eben erwähnt, ich bin jetzt bei Band 8, der ist gerade in Deutschland herausgekommen, der spielt im Jahr 1936. Ich werde noch zwei weitere Bände schreiben, aber ich mache das wirklich in der strikten, sehr sturen Reihenfolge. Pro Kalenderjahr erscheint ein Band. Ich gehe mit meinen Figuren pro Kalenderjahr voran. Egal, ob in einem Jahr wie 1933, auch 1932, in dem der jetzt hier Roman spielt, Akte Vaterland, auch wenn da Stoff genügend ist für mehrere Romane. Ich mache da immer nur jeweils einen Roman, um auch so ein bisschen den gleichmäßigen Fluss, den Gang durch die Zeit da zu haben. Und dass man, wenn man die Romane liest, mit den Figuren warm wird, zunächst in der Demokratie mit ihnen sich anfreundet, im Grunde genommen, und ihre Hoffnungen teilt, dass man dann hoffentlich, das hoffe ich natürlich sehr, dass man dann doch ein wenig erschrickt, wenn man dann im nächsten Band, der nächste, der in Ungarn dann erscheinen wird, hoffentlich, der im Jahr 1933 spielt, wenn man dann plötzlich merkt, oh, die Nazis, über die wir ja ganz am Anfang noch gelacht haben, dieser komische Haufen da mit diesem Möchtegern-Führer, der aussieht wie Charlie Chaplin, die sind jetzt an der Macht und nutzen diese auch sehr rigoros und grausam aus. Also das will ich alles erzählen. Das ist mein Hauptbestreben und das ist auch zum Glück das Hauptbestreben der TV-Serie Barbilder in Berlin. Darf ich auch was zum Thema sagen? Ja, natürlich. Weil als wir diese Serie 2012, denke ich, mit dem Verlag für das ungarische Publikum entdeckt haben, dann hat uns eben diese Komplexität so fasziniert. Also ich habe das vierte Band gelesen zuerst, nicht das erste Band. Und dann war diese Komplexität, die Sie gerade angesprochen haben, was uns so wirklich fasziniert hat. Und deswegen haben wir mit der Arbeit angefangen, das für das ungarische Publikum sozusagen auch zugänglich zu machen. Also denke ich, diese Schubladen funktionieren nicht. Ich meine das auch so. Und eben deswegen finde ich persönlich den Roman so interessant und so eigenartig. Also das war gerade der Grund, warum wir uns um diesen Roman entschieden haben damals. Ich hätte gleich zwei Fragen, aber ich kann jetzt nur eine Frage stellen. Und zwar, diese Frage bezieht sich auf die Fortsetzung. Ihr ursprünglicher Plan war, glaube ich, im Jahr 36 aufzuhören. Und das wäre jetzt der achte Band Olympia. Und dann haben Sie sich trotzdem dafür entschieden, noch zwei Jahre weiter zu erzählen. Warum gerade im Jahr 38 aufzuhören? Ja, also das Jahr 36, was mein erstes Ziel war, das war eigentlich rein mathematisch gewählt. Ich habe bis heute kein Konzept in dem Sinne, dass ich genau weiß, wie die fiktionalen Handlungen weiter geführt werden und zum Ende geführt werden. Ich gehe mit meinen Figuren, wie sie aus dem letzten Roman rausgekommen sind, in den neuen Reihen und schaue, was passiert. Das ist für mich, wie gesagt, auch einmal ein bisschen ein Experiment. Wie verhalten die sich jetzt in den neuen Umständen? Ja, und als ich angefangen habe damals, als ich den Nassen Fisch schrieb und schwickelte mir zunächst vor, ich dachte, ich schreibe vier Romane, die in der Republik spielen, die langsam immer sich noch mehr auflöst. Und vier Romane in der sich mal langsamer, mal schneller etablierenden Diktatur. Und 33 ist das ja die Spiegelachse sozusagen. Und da bin ich dann rein mathematisch, hochkalender Jahr, ein Roman, bin ich im Jahr 36 rausgekommen. Also immer so will nach Adam Riese, der in Deutschland immer so als der Rechenmeister herangezogen wird. Ja, und mir ist aber relativ schnell klar geworden. Natürlich ist das Jahr 36 mit den Olympischen Spielen eine wunderbare Kulisse für einen Kriminalroman, hat sich jetzt auch bestätigt. Das hat auch viel Spaß gemacht beim Schreiben, auch diese Verlogenheit der Propagandaspiele dann auch zu zeigen. Aber mir war auch relativ schnell klar, das ist das falsche Jahr, auf der Reihe rauszugehen. Ganz einfach, die Nazis, klar, sie waren schon mehr oder weniger, war die Diktatur etabliert. Aber es war ein Jahr eben durch diese Propaganda, diese Propaganda-Bilder der Olympischen Spiele, die bestehen mir heute noch, sind heute noch in unseren Köpfen drin, die Bilder von denen, die Ritenstahl. Weil das wirkt alles dann doch sehr positiv und weltoffen, was es aber nicht war. Und das Jahr 37 war vielleicht sogar das allernormalste Jahr der Diktatur, der NS-Diktatur. Sie saß unangefochten im Sattel der Krieg. Man glaubt noch nicht wirklich dran, obwohl hinter den Kulissen natürlich alle Vorbereitungen schon getroffen wurden. Und für mich ist das Jahr 38 und da ganz konkret das historische Ereignis der Novemberpogromen, der im Reichskristallnacht dieses Jahr im Volksmund böse, ironisierend genannt wurde. Das ist für mich, ich sag mal so, der Point of No Return. Das ist der Punkt, wo auch wirklich der Letzte, man mag ihn Optimisten nennen oder auch Naivling, wo dem Letzten in Deutschland klar geworden ist, was es mit diesem Regime auf sich hat und wohin es mit diesem Regime gehen wird. Dass es nicht dabei bleibt, dass Juden diskriminiert werden und ausgegrenzt werden aus der vielbeschworenen Volksgemeinschaft, dass sie keine Bürger, nicht nur Bürger zweiter Klasse, sie waren gar keine Bürger mehr, keine Vollwertigen. Dabei blieb es eben nicht und für mich ist das ohnehin eine logische Folge. Wenn man mit Ausgrenzung anfängt, dann führt das irgendwann zu Gewalt und die Gewalt führt in letzter Konsequenz auch zum Tod. Das ist aber letzten Endes die Ermordung der Juden. Das ganz klare Ziel der Nazis ist, das wird im November 38 klar, auch wenn noch nicht klar wird, die Monstrosität, wie es letztendlich dann gemacht wurde, mit Auschwitz, mit Gaskammern, diese industrialisierte Ermordung, das war noch nicht klar, aber dass es wirklich um Leben und Tod geht, das war klar. Und das Zweite, was 38 eben auch klar war, nach der Judetenkrise, nachdem Österreich angeschlossen wurde, nachdem der Krieg gerade noch verhindert wurde, Münchner Abkommen, dass Hitler den Krieg will. Das war auch, denke ich, dem Letzten klar, dass der Krieg auch unerzweichlich ist. Und diese beiden Dinge sind es ja, die die große Katastrophe über die Menschheit gebracht haben, nicht nur über Deutschland, sondern auch über den Westeuropas und der Welt, der Krieg und der Holocaust. Und die sind für mich, also ist klar, im Jahr 38, dass diese beiden Dinge kommen werden. Und bis dahin muss ich erzählen, wie es dann wirklich in der ganzen Monstrosität dann nachher abgelaufen ist. Das möchte ich tatsächlich nicht erzählen, weil ich finde, Krieg und auch der Holocaust, das sind Dinge, solche Völkermorde, das darf eben nicht passieren. Wir müssen rechtzeitig aufpassen, dass es nicht so weit kommt in einer Gesellschaft, dass solche Dinge wieder passieren. Und das war nach 38 eigentlich fast schon zu spät. Da waren die Weichen in alle Richtungen gestellt. Und deswegen erzähle ich bis 38, weil dann ist sozusagen die Verwandlung Deutschlands von einem zivilisierten Land in ein Monster abgeschlossen. Ja, und jetzt bin ich völlig gespannt, wie Ihre Hauptfigur Geryon Rath sich zu diesen Ereignissen verhalten wird. Ob er sich endlich mal dazu durchringen kann, eindeutig Stellen zu nehmen oder nicht. Auf dieser Figur kommen wir noch zu sprechen. Aber zuerst möchte ich noch kurz, also abgesehen von Schubladen, Sie haben doch selbst den Begriff fallen lassen, der historische Kriminalroman. Und es ist ein Genre, das in der letzten Zeit recht populär geworden ist. Mich würde interessieren, was Sie dazu brachte, historische Kriminalroman zu schreiben. Ich weiß, Sie haben Germanistik studiert, Sie haben Geschichte studiert, aber nicht jeder, der Germanistik und Geschichte studiert hat, fängt einmal plötzlich an, historische Kriminalroman zu schreiben. Nee, das stimmt. Vieles im Leben, jedenfalls in meinem Leben, ist das auch alles sehr, sehr zufällig gekommen. Und im Grunde genommen habe ich das, wofür ich mich sehr interessiere, eben die Frage, wie Deutschland zu einer Diktatur werden konnte, wie es im Dritten Reich kommen konnte, was mich als Historiker immer schon interessiert hat, aber auch als ganz normaler Mensch immer schon interessiert hat, das zusammenzubringen mit meiner auch durchaus vorhandenen Faszination für die 20er, 30er Jahre in Berlin, die große kulturelle Zeit von Alfred Düblin, Erich Kästner, um jetzt nur zwei Literaten zu nennen, Hans Waller da, das waren immer Romane, die mich nämlich sehr fasziniert haben. Und auch diese Welt, die dahinter steckt. Und auch eben diese Tragik, dass da eine doch sehr hoffnungsvolle Ansätze da waren, eine demokratische Gesellschaft zu gestalten. Und diese Hoffnungen wurden dann so abrupt und so brutal zerstört. Dass ich das jemals zum Inhalt von Romanen machen würde, ich habe mich eigentlich letzten Endes, als ich dann die Idee hatte, gewundert, warum ich erst so spät darauf gekommen bin, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil ich habe Germanistik studiert, ohne genau zu wissen, was ich damit tun soll. Und habe mich dann ein bisschen ausprobiert, eben bei einer Zeitung, bei einer Tageszeitung. Und habe dann da von einer freien Mitarbeit, habe da Gefallen dran gefunden. Und dann wurde meine Volontariat angeboten, dann habe ich konsultiert, bin dann Redakteur geworden, wie das so ist. Und habe dann als Hobby eigentlich nur mit einem Freund zusammen Kriminalromane geschrieben. In meiner Freizeit sozusagen, also eher so Cozy-Crime-Geschichten, so fabelose, nette, liebe, kleine Krimi-Geschichten, die in meiner Heimat spielten, in dem Bergischen Land, östlich von Köln. Und ja, das hat mir großen Spaß gemacht. Und als mein Freund Christian, mit dem ich damals zusammengeschrieben habe, dann für zwei Jahre mit seiner Frau nach Tokio gegangen ist, habe ich gesagt, okay, dann mache ich alleine weiter. Dann habe ich meinen ersten alleine geschrieben, der interessanterweise auch schon dann historisch war, der im 18. Jahrhundert spielte, so zur Zeit der Französischen Revolution. Und als es sehr dann fertig war, habe ich dann, ja, nach dem Buch, ist vor dem Buch, dann hatte ich plötzlich die Idee, mach doch mal was, was in Berlin der frühen 30er-Jahre spielt. Und wie das immer so ist, man macht sich Gedanken, was kann man schreiben. Und ich hatte dann so viele Ideen, dass ich mir relativ schnell klar wurde, ich mache, also ein Buch, das reicht ja gar nicht. Ich mache da am besten eine Serie draus. Und das nächste Schritt war dann der, dass ich feststellte, wie ich so eine Serie mache, warum erzähle ich nicht über das Jahr 33 hinaus? Und da war dann die Idee, diese grobe, noch sehr grobe, Idee für die Ratreihe geboren, acht Romane zu schreiben, bis zum Jahr 36, war ja eben der ursprüngliche grobe Plan. Und da wurde mir auch ziemlich schnell klar, das ist ein großer Rechercheaufwand. Das ist, wenn ich das nebenher in meiner Freizeit mache, brauche ich, keine Ahnung, wahrscheinlich fünf bis zehn Jahre pro Roman. Acht wollte ich schreiben. Ja, ich war damals gerade 40, also ja, das kriege ich ja einen Rechnerwisch schon gar nicht mehr hin. Und dann war die Entscheidung da, es wirklich mal zu probieren. Und nach dem Motto, wenn es dann klappt, dann okay. Wenn es nicht klappt, dann musst du wieder zurück in den Job. Und es hat ja zum Glück funktioniert. Es sah nicht immer so rosig aus, aber irgendwann hat es dann funktioniert, als dann eben der Verlag Kiepenheuer und Witsch dann den Nassen Fisch rausbringen wollte. Und ja, unter West, dann ging es plötzlich, ja, so in größeren Schritten immer weiter aufwärts, dass meine Romane ja immer mehr Leser und Leserinnen fanden in Deutschland, auch die ersten Übersetzungen eben kamen. Danke auch, ja, eben auch in Ungarn dann 2012. Und ja, wie gesagt, ich kann heute vom Romanschreiben leben, muss nicht mehr an Journalisten arbeiten, auch keine Drehbücher mehr schreiben, was ich eine Zeit lang auch noch nebenher gemacht habe, um zu versuchen, wie man es immer so ist, als Freischaffender möglichst viele Einnahmequellen zu haben. Jetzt habe ich wirklich den Luxus, was ich mir nie habe träumen lassen, dass ich wirklich nur vom Romane schreiben leben kann und nichts anderes nebenher mehr machen muss. Das ist eine Sache, für die ich sehr, sehr dankbar bin. Und natürlich, der Dank geht an all jene, die meine Bücher lesen und kaufen, weil die ja wirklich sind, da bin ich sehr froh. Ja, Sie leben allein vom Romanschreiben, aber Sie selbst haben gesagt, hinter diesen Romanschreiben steckt doch eine enorme Recherchearbeit. Und ja, Sie als Historiker wissen offenbar, wie man ein Thema Recherche schreibt. Aber Geschichte ist doch ein weites Feld. Also mich würde interessieren, welche Aspekte von Geschichte Sie insbesondere interessieren. Und was ist das, was Sie recherchieren? Ich bin, also ich habe diese zehnseitige Auswahlbibliografie auf Ihrer Verlagsseite gesehen, aber da gibt alles Mögliche vor, von Sprachgeschichte über Gastronomie bis Baugeschichte und Technik. Also welche Aspekte interessieren Sie persönlich? Also was mich natürlich am allermeisten interessiert, ist, wie sah der Alltag aus in diversen gesellschaftlichen Schichten? Und gerade natürlich in den Kreisen, wo meine Figuren halt unterwegs sind. Wie haben die normalen Menschen das alltägliche Leben erlebt? Das ist ja nicht immer geprägt von historischen Ereignissen. Oder wenn, merkt man es oftmals gar nicht, dass irgendwas jetzt wirklich von historischer Bedeutung war. Das fällt vor allen Dingen auf, wenn man die Tageszeitungen liest der damaligen Zeit. Die Schlagzeilen sind oftmals ganz andere Dinge als das, was uns in Erinnerung geblieben ist, was für uns wichtig ist. Das ist ja auch ganz oft so, dass im eigenen Alltag, in der Gegenwart ganz andere Dinge wichtig sind, als die nach einem Rückblick wichtig erscheinen. Deswegen ist das auch ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Recherche. Tageshaltungslektüre, ziemlich intensiv dann, bevor ich mit dem Schreiben beginne, so ungefähr der letzte Schritt. Ansonsten, Sie sagen, es ist eine ganze Menge. Ich nehme alles, was ich kriegen kann sozusagen, was mein Interesse ist, ist dann, das ist ja immer viel, viel mehr als das, was nachher dann in dem jeweiligen Roman dann auch Platz findet. Ich habe natürlich auch eine ganze Menge vorgelegt bei der Recherche zum ersten Roman, was die Polizeiarbeit in der damaligen Zeit anging zum Beispiel und so. Da waren immer wieder Sachen, auf die ich natürlich auch dann bei weiteren Romanen gut zurückgreifen konnte. Aber immer wieder gibt es dann auch spezielle, besondere Themen, gerade für den jeweiligen Roman, eben im zweiten, das Filmmilieu, Tonfilm, Tonfilm. Jetzt im aktuellen, in aktuellem Vaterland ist es eben die Ostpreußen-Situation. Wir haben die Ostpreußen sich gefühlt, aber gerade auch, was ich eben da sehr interessant finde, die Mansuren, die polnischen Sprachen, sich aber mehr als Preußen eigentlich noch, als Deutsche gefühlt haben, weil sie, da spielt die Religion wiederum eine große Rolle, evangelisch waren und nicht katholisch, wie das eben normale Polen ja sind. Und da habe ich sehr viel recherchiert und auch sehr viel Neues erfahren, weil, wie ja heute wird man sagen, multikulturell das damalige Ostpreußen war, mit deutschen, polnischen, aber auch litauischen, und das alles ineinander griff und das nicht so klar voneinander getrennt war, das war mir so bis dato auch nicht so klar. Und, oder auch natürlich der ganz wichtige politisch-historische Hintergrund jetzt im Akte-Fahrt-Land ist es natürlich der sogenannte Preußenschlag, also der Putsch der ja schon lange nicht mehr demokratischen Reichsregierung, unter Herrn von Papen, der die geschäftsführende demokratische preußische Regierung einfach aus dem Amt geputscht hat. Und Preußen genießt ja keinen guten Ruf in der Geschichte und der preußische Militarismus war mit Sicherheit auch daran beteiligt, dass die Nazis so einen Erfolg haben konnten in Deutschland, aber die Nazis, das darf man nicht vergessen, kamen aus München ursprünglich. Und Preußen, das größte und wichtigste Bundesland im damaligen Deutschland, war tatsächlich das auch demokratisch stabilste Land. Preußen war demokratisch. Und dieser Schritt tatsächlich, der wird immer so oft vergessen im Sommer 1932. Ohne den hätte es ein halbes Jahr später, hätte er die Macht nicht so an sich reißen können. Und deswegen, weil mir das sehr wichtig zu erzählen, auch wie dann die demokratischen Kräfte, auch die Polizei, die damals demokratisch geführt war und demokratisch dachte, wie man sich da relativ wehrlos, das hat gefallen lassen, dass dann wirklich die Polizeispitze in Berlin, die Polizeipräsidenten, dass die alle verhaftet wurden von Reichswehrsoldaten und abgeführt wurden. Und das sind so Dinge, auch so Wendepunkte der Geschichte, wo man sich immer fragt, hätte man da Widerstand geleistet, wäre wirklich die ganze Geschichte anders gelaufen. Ja, das sind eben wieder immer so Spezialdinge, die dann auftauchen. Oder natürlich auch namensgebend das Haus Vaterland. Das fand ich jetzt interessant. Das war so ein Vergnügungspalast. Und natürlich auch die Doppeldeutigkeit Vaterland. Was ist eigentlich Vaterland? Was ist da wichtig? Ist das die Sprache, die Kultur? Sind das die Staatsgrenzen? Ist das die Religion? Was auch immer, was man heute mit dem Begriff Identität zusammenbringt. Was ist da wesentlich? Und warum geht das immer so schrecklich und tragisch in die Hose, wenn ein übersteigerter Nationalismus da greift? Und da ist eben die Geschichte Ostpreußens, finde ich, fast beispielhaft, auch für diese ganzen osteuropäischen Korridoren, diese sogenannten Bloodlands, wie sie ja mal genannt wurden, weil da wirklich sehr, sehr viele Kulturkreise ineinander griffen. Und da gab es, das konnte man nicht so mit Grenzen so klar abschließen. Das war einfach, das waren viele, viele Völker, die da zusammentrafen und friedlich nebeneinander lebten, bis dann die Nationalstaaten kamen und dann war es mit dem Frieden aus. Das sind alle solche Dinge. Ja, jetzt habe ich mich wieder in Themen, Dinge hineingeredet, nach denen Sie gar nicht gefragt haben, aber das... Doch, doch, das... Also gerade auf Ostpreußen und Treiburg wollen wir noch auf jeden Fall zu sprechen kommen. Ja, ja. Ich glaube, dafür wäre noch, über Gereonrat selbst zu sprechen. Denn ich glaube, jeder Kriminalroman steht oder fällt mit dem Kommissar, der da erlittet. Und ja, mich würde interessieren, wie Sie diese Figur sehen. Für mich ist es, also für mich ist Gereonrat eine sehr komplexe Figur und mir scheint es so, dass diese Figur auch mit verschiedenen literarischen Traditionen zu tun hat. Ich kann nicht tun, um Ihnen ein Beispiel zu nennen. Also wenn in einem Kriminalroman der Name Marlow vorkommt, dann ist es mir eindeutig ein Hommage, auch wenn dieser Name offenbar auch andere Bezüge hat. Und Marlow spielt auch eine wichtige Rolle in allen ihren Romanen. Also ist dieser Rat sozusagen, so gehört dieser Gereonrat in die Tradition dieser Hardboid-Detektivs? Oder ist er für Sie eher der mittlere Held sozusagen? Der mittlere Held und übrigens gerade, wenn Sie sagen, also Preußenschlag und Widerstand, also der Gereonrat ist einer, der sich nicht dazu durchringen kann, eindeutig gegen unerwolle Entwicklungen Stellung zu nehmen. Und mit dem Vollschreiten der Serie ist er mir ehrlich gesagt immer wieder fragwürdiger und unsympathischer geworden. Deshalb habe ich vorhin gesagt, ich hoffe, er kann sich 38 wenigstens schon dazu durchringen, etwas zu tun oder eindeutig sich zu beschreiben. Er macht ja einen Lernprozess durch in diesem Thema und das war mir auch wichtig. Also es wäre für meine Zwecke ja auch allgemein, glaube ich, sehr, sehr langweilig gewesen, einen politisch aufrechten, charakterfesten Helden da zu haben. Ganz abgesehen davon, dass ich die als Leser auch langweilig finde, dass Helden, die nie etwas falsch machen und so. Ich muss zugeben, Gereonrat macht sehr viel falsch und ist auch charakterlich. Er hat eine ganze Menge negative Seiten. Das war auch mein Hauptproblem, gerade beim allerersten Roman, aber auch danach, das so hinzubekommen, dass man ihn trotzdem mag, auch wenn er viele Fehler hat. Und diese Fehler auch immer wieder dann auch sich deutlich machen, dass er zum Beispiel auch da lügt wie gedruckt, dass er gerne mal nach oben wuckelt, nach unten tritt. Also das ist ein Vorgesetzgeber, jawohl, natürlicher Polizeipräsident, aber gleichwohl auch seinen eigenen Kopf hat und trotzdem macht, was er will. Und dass er natürlich auch politisch nicht festlegen will und keinen politischen Kompass hat. Für ihn ist Politik auch, er findet das abstoßend. Er ist im Grunde genommen durch seine Biografie auch ein wenig, weil er beinahe im Krieg verheizt worden wäre, eigentlich schon mit seinem Tod gerechnet hat, dass er bald an die Front geworfen wird und da sterben muss. Deswegen ist er so ein Zyniker geworden, dem nichts mehr heilig ist. Und Politik, das kennt er vor allen Dingen am Beispiel seines Vaters, der ganz typisch kölnischer Katholik in der Zentrumspartei ein hohes Tier ist, da mit Konrad Adenau, dem Kölner Urbürgermeister und dann nach dem Krieg dem ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik, da auch ein Dutsfreund ist und so, da wird dann gekummelt. Und das ist alles für ihn, das verachtet er. Und deswegen verachtet er auch seine Polizeipräsidenten, die ja zunächst auch auf Parteiticket der SPD in diesen Pfosten gekommen sind, egal ob sie fähige Polizeipräsidenten sind, wie das Krasinski war zum Beispiel, der jetzt im aktuellen Band Aktevaterland ja der Präsident ist, aber der allererste da 1929 Zürgergebel war, nicht so ein ganz fähiger Polizist. Und das, er merkt aber zum Beispiel Adenau auch nicht, dass es ein Unterschied ist, ob jemand auf SPD-Parteibuch auf diesen Posten gekommen ist oder auf NSDAP-Parteibuch. Also das ist für ihn, dass das ein großer Unterschied ist, das merkt er später dann schon, aber er braucht eben immer etwas, um das zu lernen. Und ja, ich habe versucht, das so zu drehen, also derjenige, der am meisten unter den schlechten Charaktereigenschaften des Gerard Rath leidet, ist eigentlich Gerard Rath selbst. Und von daher, und deswegen glaube ich, hoffe ich jedenfalls, dass die meisten, die ihn dann so kennenlernen, ihn doch noch mögen. Gerade deswegen. Man denkt, du Idiot, was machst du denn da wieder für einen Mist? Du weißt doch, am Ende, aber wir wissen ja alle, auch Geren mag natürlich schon mal immer mal wieder, dass er Fehler gemacht hat und er gelobt ja auch Besserung. Aber sich das vornehmen und das auch umzusetzen, sind ja auch zwei Paar Schuhe und das wissen wir auch alle, wenn wir uns Silvester gute vornehmen, das in dem Neujahr und Jahr nicht einhalten. Also es war mir halt wichtig, dass er so diese negativen Seiten hat, weil er auch ein normaler Mensch dann sei, ein verführbarer Mensch. Das war mir sehr, sehr wichtig und dass man ihn trotzdem mag. Mir ist das eigentlich so ergangen, dass ich im Laufe der Serie den Gerard Rath immer kritischer betrachtet habe. Mir schien das, was diese Figur tut oder nicht tut, immer fragwürdiger, obwohl in bestimmten Situationen natürlich Zivilcourage zeigt, weil zum Beispiel gerade im vierten Band die in Treiburg-Maschinen den SA-Leute provoziert. Also da ein durchaus sympathischer Mensch, auch mit seiner Nichtachtung, mit seiner lakonischen Nichtachtung von Diensthierarchien zum Beispiel, der ein Einzelgänger ist. Aber auf der anderen Seite, dass er sich an der Vorstellung einer bürgerlichen Ordnung festklammert und nicht wahrhaben will, dass diese bürgerliche Ordnung längst zerstört ist, das schafft bei mir eine zunehmende kritische Distanz. Ja, das ist auch gut so, aber er war ja nicht der Einzige, der sich damals so verhalten hat. Und Sie haben das Wort benutzt, er klammert sich da wirklich förmlich dran. Das ist nicht so ein Strohhalm, weil er sieht das doch eigentlich noch alles ganz normal, mehr oder weniger. Gut, da hängen jetzt vielleicht ein paar Hakenkreuzfahnen, aber die Straßenbahn fährt noch, was auch immer. Also das normale Leben geht ja weiter. Und so haben sich ja viele Menschen damals selbst beruhigt, die jetzt keine glühenden Nazi-Anhänger waren. Das ist Georgian Rath ja auch nicht. Der verachtet die eigentlich. Aber er sieht nicht die Konsequenzen, die das Ganze hat, dass es wirklich mehr ist als nur eine neue Regierung, dass es wirklich ein ganz anderes Land ist, was da plötzlich geschaffen wird. Er merkt das nach und nach schon, aber er braucht ein bisschen was, um das festzustellen. Und deswegen habe ich ihn eben auch so gestrickt, wie er dann rüberkommt. Und Hardboiled sind die Geschichten ab und zu schon mal, sein Verhalten ab und zu auch. Er kann dann schon auch dann eben zum Hardboiled-Detektiv werden. Aber meistens misslingt ihm das dann auch so ein bisschen. Also es ist ja irgendwie vielleicht eine Kreuzung aus Hardboiled-Detektivn und dann doch ganz normale Menschen mit relativ vielen Fehlern. Das muss ich schon aufsagen. Er hat vielleicht ein paar mehr Fehler als... Ja, aber die meisten Menschen haben auch eine ganze Menge Fehler. Nach meiner Erfahrung bin ich eingeschlossen. Von daher muss man auch, glaube ich, wenn man so ein Experiment macht, auch mit fehlerhaften Figuren dann da reingehen. Und ich habe auch ganz bewusst ihn zu einem Rheinländer gemacht. Ja, das wäre gerade meine Frage gewesen. War es für Sie wichtig, dass der Gerion-Rat aus Köln kommt? Ja, für mich war vor allen Dingen wichtig, dass er nicht aus Berlin kommt. Das war die erste Maßgabe. Und ja, Köln lag einfach nahe, einen Rheinländer aus ihm zu machen, weil ich selbst eben auch einer bin. Und deswegen mir diese Mentalität wahrscheinlich dann doch ein bisschen näher ist. Und diese Unterschiede... Es gibt auch durchaus Gemeinsamkeiten zwischen Köln und Berlin, aber durchaus auch Mentalitätsunterschied. Einmal dieses Katholische. Ja, es wird doch alles irgendwie gut gehen, so dieses SFR. Gucken wir mal. Und dann eben dagegen das preußisch-protestantische in Berlin, so dieses doch mehr Pflichtmenschen und so. Und das Militaristische. Die Kölner sind keine Militaristen. Die feiern eben Karneval. Und die Berliner sind... Denen steht das Strammstehen dann ein bisschen mehr. Und diese ganzen Gegensätze. Manchmal auch ein paar Klischees, die dann eine Rolle spielen. Aber Klischees sind ja immer auch wahr. Die wollte ich eben dann auch ein bisschen einbauen und nutzen. Und wichtig war für mich vor allen Dingen, dass er eben nicht aus Berlin kommt, die Verhältnisse nicht kennt, dass er eben immer den Blick eines Außenstehenden hat, immer so ein bisschen alien ist und ein bisschen nicht dazugehörig ist. Und nicht überall an jeder Ecke, dass er seine Leute hat. Und wie der zweite Schuhputzer verhält ihm irgendwelche wichtigen Geheimnisse oder sowas. Er kennt ein paar wenige, die er im Rahmen seiner Arbeit kennengelernt hat. Aber sonst ist er in Berlin nicht so wirklich verwurzelt. Das war mir halt wichtig. Ich glaube, also ich hätte noch eine ganze Reihe von Fragen auch zur Serie als Ganzes. Aber ich glaube, langsam sollen wir doch zum vierten Band kommen. Aber bevor wir zum vierten Band kommen, würden wir uns diese Videoaufzeichnung anschauen. Und zwar die Schauspielerin Gombo Viola wird uns auf Ungarisch den Anfang des dritten Kapitels aus Die Akte Vaterland Holala Mulatoben vorlesen. Die Akte Vaterland Die Akte Vaterland hat sich über die Akte aus dem Haus als ein Zahn. Die Akte Vaterland lag am Potsdamer Platz hier, gestrandete Vergnügungsdampfe und etwas in der Art war es auch. Mit Patriotismus hatte das Haus nichts am Hut. Es ging einzig und allein darum, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen, und zwar möglichst viel davon. Hinter der Fassade warteten rund ein Dutzend verschiedenartige Lokale auf Kundschaft, ein bayerisches Brauhaus, eine spanische Bodega, eine Wildwestbar, ein türkisches Kaffee und vieles mehr. Alles mit passender Inneneinrichtung, passender Speisekarte und passendem Unterhaltungsprogramm. Gaffer, die nur mal kurz gucken und staunen wollten, waren nicht willkommen. Wer hinein wollte, musste am Eingang einen Tiergutschein lösen. In seinen ersten Berliner Tagen hat er Rat in der Rheinstraße so etwas wie Heimat zu finden versucht, dann aber festgestellt, dass es hier nur viel zu süßem Wein gab und kitschige Rheinromantik. Zu Berlins vielbeschworen einem Weltstadt-Flair, an das vor allem die Berliner selbst glaubten und die Touristen aus der Provinz wie voller Staunen auf die glitzernde Stadt schauten, hatte das Etablissement jedes Fall nicht viel beizusteuern. Da hatten die mondänen Bars im Westen wie Feminau oder Kakadu eindeutig mehr zu bieten, jedenfalls für Ratsgeschmack. Das Vaterland beeindruckte mit seiner schieren Größe und mit den Neonröhren, deren Lichteffekte den nächtlichen Potsdamer Platz beherrschten. Um diese Uhrzeit allerdings war der gestrandete Vergnügungsdampf so dunkel und so tot wie ein Geisterschiff. Nur die Autos vor dem Lieferanteneingang allen voran das Mordauto zeigten, dass irgendwas passiert sein musste. Rad parkte seinen Buick hinter dem Opel vom Erkennungsdienst und blieb noch einen Moment im Wagen sitzen. Er zog an seiner Oberstolz und blies den Rauch gegen die Windschutzscheibe. noch nie hatte er so wenig Lust auf Arbeit verspürt, ja, einen regelrechten Widerwillen gegen seinen Beruf empfunden, wie an diesem Morgen. Einen Moment lang hatte er daran gedacht, Charlie einfach mitzunehmen, doch sie hatte abgelehnt. Was sollen die Kollegen denken, wenn wir zu zweit dort auftauchen? Ihre Antwort hatte ihn auf eine unbestimmte Weise gekränkt, obwohl er wusste, dass sie recht hatte. Er drückte die Zigarettenkippe in den winzigen Aschenbecher des Buick und stieg aus, entschlossen, die Sache hier so schnell wie möglich hinter sich zu bringen und in die Kamerstraße zurückzukehren zu Charlie, in deren Obhut er kirchigelassen hatte. Dr. Carthaus, der auch außerhalb des Seziersaales stets sein weißen Arztkittel trug, stand vor dem Eingang in der Hand einer Zigarette und unterhielt sich mit einem Schupo. Der Blaue salutierte, als Rat herantrat, der Gerichtsmediziner deutet lediglich ein Kopfnicken an. Morgen, Doktor. Herr Kotsa, schön, dass Sie uns auch noch beehren. Ich rauche mir hier vor langer Weile schon die Lunge schwarz. Was war denn los? Autopanne, sollten Sie sich besser einen deutschen Wagen zulegen? Rat ignorierte die Anspielung. Was für eine Leiche haben wir denn hier? fragte er. Karthaus lächelte samt. Das ist das Schöne an der Kriminalpolizei, dass man alles dreimal erzählen darf. Kommen Sie mit, dann zeige ich es Ihnen. Liegt noch oben. Die Bestätten warten schon sehnsüchtig darauf, sie endlich abtransportieren zu können. Oben. Karthaus schiebte seine Zigarette in eine Pfütze. Der Herr Kommissar bitte folgen wollen. Ohne eine Antwort abzuwarten, drehte sich der Gerichtsmediziner um und ging ins Gebäude. Rat folgte dem weißen Titel in einem großen, schmucklosen Raum, von dem zwei Lastenaufzüge und ein Treppenhaus abgingen. Schien die Warenannahme vom Hausvaterland zu sein. Karthaus nahm die Treppe. Es ging in den vierten Stock, wo zwei Schupus und zwei schwarz gekleidete Männer vor den Aufzügen warteten. Auf dem Boden stand ein Zinksarg. Können wir jetzt? fragte einer der Schwarzen, als er den Doktor sah. Gleich. Der Herr Kommissar nimmt die Leiche noch eben in Augenschein. Karthaus lächelte säuerlich und zeigte auf eine Aufzugkabine, die einen guten Meter zu tief im Schacht hing. Zwei Spurensicherer waren damit beschäftigt, Fingerabdrücke sicherzustellen, von den Aufzugknöpfen und von einem Gitterwagen, der in der Kabine stand und in voller Höhe mit spirituosen Kisten verladen war. Irgendein dämlicher Unfall oder was? fragte Rat und zündete sich eine Zigarette an. Er verspürte schon jetzt wenig Lust, diesem läppischen Mist hier nachzugehen. Hätte Gref das nicht auch alleine regeln können? Unfall. Karthaus schaute skeptisch. Ich fürchte nicht. Rat stieg in die Kabine hinunter, die Zigarette zwischen den Lippen, der Gerichtsmediziner folgte ihm. Tote lag auf dem Boden und trug ein grauen Arbeitskittel. Seine weit aufgerissenen Augen, die noch niemand geschlossen hatte, waren weit aus den Höhlen getreten und stierten ins Leere, als hätten sie sämtliche Schrecken der ewigen Verdammnis gesehen. Und einen kurzen Moment war Rat von der Vorstellung gefangen genommen. Der Lastenaufzug des Hauses Vaterland führte tatsächlich geradewegs immer weiter nach unten bis in die Hölle. Unwillkürlich folgte Rat den toten Augen und schaute nach oben, sah aber nur vergilbtes Sperrholz. Wie ist er denn gestorben, wenn es kein Unfall war? Der Dr. Reus beerte sich. Ich weiß, es hört sich ungewöhnlich an, doch ich bin mir sicher, dass die Obduktion meine Einschätzung bestätigen wird. Obduktion? Ihr Kollege hat bereits mit dem Staatsanwalt telefoniert, auf meine Empfehlung hin natürlich. Wo sind die überhaupt die Kollegen? Vernehmungen, soweit ich weiß, also, sagte Karthaus ungeduldig, dieser Mann ist, wenn mich nicht alles täuscht, ertrunken. Die Spurensicherer schien Karthaus Befund zu kennen, jedenfalls arbeiteten sie mit stoischer Miene weiter. ertrunken, fragte Rat. Ertrinkt man normalerweise nicht im Wasser? Vielleicht wurde die Leiche hier noch abgelegt. Sieht nicht so aus, mischte sich einer der Spurensicherer ein. Haben sogar Fußspuren von ihm gefunden. Er bietet alles darauf hin, dass er selbst in diesen Aufzug gestiegen ist. Der andere Mann schwieg und sicherte in aller Seelenruhe einen Fingerabdruck auf dem Stahlrohr des Gitterwagens. Außerdem fuhr sein Kollege fort, ist er mit dem eigenen Lieferwagen angereist. Also wenn Sie mich fragen, dann hat niemand hier abgelegt. Rat schaute Dr. Karthaus an, doch er zuckte nur mit den Achseln. Nach der Obduktion wissen wir mehr, sagte er. Wo ist der Kollege Gref, sagten Sie? Von Vernehmungen in irgendeinem Büro, fragen Sie Tataus der Kabine. Rat drückte seine Zigarette draußen auf dem Fußboden aus, ungefähr in Brusthöhe, und folgte dem Gerichtsmediziner, der es eilig hatte, sich zu verabschieden. Die Bestatter sahen das als Aufforderung, sich endlich an die Arbeit zu machen und hieften ihren Zinksack zum Aufzug. Ein Blauer erbot sich, den Draht den Uniformierten nach unten folgte, durch einen dunklen Lagerraum und das gespensterhaft leere Löwenbräu, in dem noch die Bierdünste des Vorabends in der Luft standen, überkam ihn wieder dieses Gefühl, am falschen Ort zu sein. Der Schubro öffnete eine Tür und plötzlich standen sie in der imposanten Mittelhalle. Ja, also der Anfang des dritten Kapitels von der Akte Vaterland ein Roman, dessen Titel glaube ich ein Volltreffer ist. Gerade in seiner Doppeldeutigkeit weist dieser Titel nämlich auf den Kriminalfall hin, über den wir gerade in diesem Abschnitt gehört haben. Denn der Tote wird im Haus Vaterland, also in diesem riesigen gastronomischen Unterhaltungskomplex am Potsdamer Platz gefunden. Andererseits geht es in diesem Roman glaube ich aber nicht weniger um den Zustand des deutschen oder wenigstens des preußischen Vaterlandes im Jahre 1932. Denn mit dem vierten Roman erreichen wir ja das Jahr 1932. Also ich kann mich nur wiederholen, der Titel ist ein Vortreffer und das Buch wird diesem Titel auch wirklich gerecht. Allerdings haben Sie glaube ich mit also Herr Kutscher haben Sie mit diesem Titel den Übersetzer vor eine unwissbare Aufgabe gestellt. Ja ja also ich selbst bin ich auch Übersetzer und ich glaube das wäre der Punkt gewesen wo ich resigniert hätte also bei dem Titel gleich und aus diesem Grunde möchte ich Herrn Tschüss jetzt fragen welche Überlegungen er sich zu diesem Titel angestellt hat und welche Lösung er da eigentlich gefunden hat ob er überhaupt eine Lösung gefunden hat. Ja ich bin auch der Meinung dass der Autor hier nicht besonders gnädig zum Übersetzer war oder zu den Übersetzern war das war wirklich schwierig denke ich und das gilt auch für die anderen Sprachen denke ich soweit ich weiß haben die Engländer dann also für die englische Übersetzung das so genommen wie das ist nur auf Englisch halt das funktioniert auf Ungarisch nicht so gut denke ich und ich habe ein paar Ideen dazu gehabt in diese Richtung die Herr Kurde auch angesprochen hat also etwas mit Hosofias zu machen zum Beispiel das ist so patriotisch das kann man auf Ungarisch denke ich als Titel geben also Hosofias Üdjek oder in diese Richtung etwas aber dann verlieren wir natürlich das Hausvaterland und dann ist das nur die halbe Wahrheit oder vielleicht Neudnema Üdjek also großdeutsche Angelegenheiten oder so in diese Richtung aber dann verlieren wir auch dieses Lokal und letzten Endes hat der Verlag auch einen anderen Weg gegangen mit dem Titel und sie haben dann den Titel genommen Holala Mulatoban und das ist wahrscheinlich eine Entscheidung aus Marketing Gründen vielleicht kann man den Roman so besser vermarkten ich hätte auch vorgeschlagen wir machen einfach Vaterland oder so etwas ähnliches aber mit einem ausländischen Titel ist das hier in Ungarn schwieriger denke ich ein Buch zu verkaufen und eben deswegen haben sie einen anderen Titel genommen aber für also in ein paar Wochen fange ich an mit dem fünften Band ins Ungarische zu übersetzen und da habe ich auch ein bisschen Angst also diese März Gefallene ist auch nicht so einfach zu lösen auf Ungarisch weil das auch eine doppel Bedeutung hat oder eine geschichtliche Bedeutung die für die ungarischen Leser nicht so präsent ist aber Mascha und ich haben noch ein paar Monate Zeit mit Goldstein hatten sie wenigstens keine Probleme ja das war nett wenn wir schon bei Übersetzungsproblemen sind dann hätte ich noch eine Frage denn jeder gute literarische Text enthält für den Übersetzer spezielle Herausforderungen welche Herausforderungen waren sie in dem Fall der Akte Vaterland am schwierigsten zu lösen also im Allgemeinen würde ich sagen dass ich den Roman oder die Romane sehr sehr gerne übersetze weil die einfach so schön geschrieben so elegante Texte sind elegante Kriminalromane oder Krimi-Texte sind sind und ich genieße eigentlich die Arbeit die Herausforderungen also es gibt denke ich drei große Herausforderungen einerseits die Dialekte die im Roman vorkommen also viele Figuren Berliner und das ist ein urbaner Dialekt und wir haben leider in Ungarn oder in diesem Fall leider im Ungarischen keinen urbanen Dialekt und das kann man denke ich mindestens nicht eins zu eins ins Ungarische übersetzen aber das ist nicht nur mein Problem denke ich das ist das Problem aller Übersetzer die die etwas mit Berlin Romanen zu tun haben also das kann man denke ich nicht auf Ungarisch so wirklich perfekt lösen was mir bei meiner Lösung ein bisschen geholfen hat dass im Roman eher die die Personen Berlinern die zu den unteren Gesellschaftsschichten gehören also die die bürgerliche Personen sprechen eher Hochdeutsch und die ich weiß nicht Straßenkinder Kellner Straßenpolizisten oder einfache Leute sozusagen sprechen Dialekt und das kann man auf Ungarisch irgendwie markieren signalisieren dass diese Menschen ein bisschen anders sprechen oder sehr anders sprechen also das schwierigste Problem war denke ich oder die schwierigste Herausforderung war denke ich diese Dialekt Frage was das Problem noch schwieriger macht ist das Kösch von Geryon Rath und das gerade im Fall des vierten Bandes ein großer Teil der Handlung in Ostpreußen spielt also ich glaube wirklich eine recht schwierige Situation für einen Übersetzer also im fünften Roman gibt es denke ich noch mehr Kölsch also am Anfang mindestens und ich mache mir Gedanken darüber dass ich da vielleicht den Dialekt meiner Heimatstadt nehme also hier um Segert herum gibt es einen speziellen Dialekt und das Verhältnis Köln und Berlin ist vielleicht ähnlich wie das Verhältnis Segert und Budapest aber das ist natürlich auch eine Notlösung also das ist nicht unbedingt passend aber mal schauen ich muss sehen wie das funktioniert und wenn das im Text funktioniert dann freue ich mich sehr wenn nicht dann vielleicht versuche ich mal was anderes ich habe noch ein zweites Problem das würde mich sehr interessieren die sehr viele Realien zum Beispiel die im Text vorkommen also Realien heißen die die Wörter die für eine Kultur charakteristisch sind aber in der Ziel Sprache nicht vorhanden sind und in Berlin gibt es und in diesem Roman gibt es sehr sehr viele solche Sachen und es gibt auch sehr viel Sprachwitz im Text also zum Beispiel kommt Zeit kommt Rat das ist so eine Redewendung aber das spielt natürlich auf den Gereon an also das ist auch nicht ins ungarische zu übersetzen denke ich oder man muss Umwege suchen und was noch so eine wunderschöne Herausforderung war dass im Text sehr sehr viel Wissen zu finden ist also eine unglaubliche Dichte an kulturellen Informationen und spannende kulturelle Verweise oder Hinweise und als Übersetzung und als Leser einfach zu viel das verlangsamt die Arbeit enorm so ich habe zum Beispiel im vierten Roman eine Szene übersetzt also es gab einen Mordfall am Potsdamer Platz und dann haben die Polizisten Zeugen gesucht und ein Polizist hat gesagt okay wir haben schon einen Zeuge da ist das Café Josti und da sitzen so Menschen herum so Schriftsteller oder so ähnliche Menschen und die verbringen ihr halbes Leben da und gucken nur die Straße und dann habe ich einen Fehler gemacht ich habe ein bisschen nachgeforscht was alles in diesem Café Josti los war und dann habe ich hochinteressante expressionistische Gedichte gefunden und dann noch ein Gedicht und noch ein Gedicht und dann ein Text aus dieser Zeit und dann noch zwei Filme dazu ein Stummfilm und ein Tonfilm und dann am Ende des Tages habe ich mich super amüsiert aber zwei oder drei Zeilen übersetzt das finde ich auch großartig dass so viele interessante kulturelle Inspirationen da zu finden sind aber man kann auch den Roman denke ich ohne diese so lesen dass man in diese Sachen nicht reingeht sondern so wie eine Autobahn also eine Spur für Menschen die schnell fahren und eine Spur für Genießer oder eine Spur für aber das war das dritte Schwierigkeit und mehr hatte ich nicht ich würde sagen diese Investition als Übersetzer lohnt sich trotzdem weil das irgendwie im Text doch sichtbar wird nämlich im Ungarischen im Übersetzten Text doch sichtbar wird und ja was für mich jetzt wichtig ist wir können auf eine Fortsetzung hoffen und zwar bald auf eine Fortsetzung hoffen das heißt wir haben gerade angefangen am fünften Band zu arbeiten und hoffentlich kommt auch dieser Band bald auf Ungarisch nächstes Jahr soweit ich weiß also Anfang nächsten Jahres also ich würde jetzt wieder mich Herrn Kutscher zu wenden und zwar darüber haben wir schon gesprochen der vierte Band hat zwei Schauplätze ein Teil der Ermittlungen verläuft in Berlin wo also wie schon gewohnt wieder wichtige politische Ereignisse Sie haben schon den Preußenschlag gewählt doch auch hautnah erlebbar werden eigentlich andererseits schicken Sie da den Kommissar Geryon Rath nach Ostpreußen und meine erste Frage wäre warum gerade Ostpreußen beziehungsweise warum gerade Masuren wäre es nicht möglich also dieser Situation auch in anderen Teilen von Deutschland herzustellen Ja nicht alles was ich da erzählen wollte wäre in anderen Teilen möglich gewesen also die erste Überlegung war tatsächlich die ich wollte Rath in eine Ecke des damaligen Deutschlands schicken die für ihn möglichst exotisch ist er kommt aus dem fast äußersten Westen Deutschlands also nur Aachen wäre noch weiter westlich gewesen und ich wollte ihn dann in den äußersten Osten schicken und gerade weil es eben auch ein Kulturraum ist den es heute so nicht mehr gibt es gibt keine Menschen mehr die ostpreußischen Dialekt sprechen nur ganz wenige aber natürlich weil da eben keine deutschsprachigen Menschen mehr wohnen und was ich vorhin auch schon erzählt habe dieses Miteinander der Kulturen was da noch funktioniert hat bis dann der Nationalismus das alles unmöglich gemacht hat das fände ich so faszinierend und wollte ich auch zeigen aber mir ging es vor allen Dingen auch darum Gerhard so weit weg wie möglich von Berlin zu haben wenn in Berlin die Polizeispitze verhaftet und ausgetauscht wird und ja es ist ja so dass er es nicht mitbekommt nicht nur weil er weit weg ist sondern weil er auch in der Zeit ja ich will auch nicht so viel verraten dass er da er ist so tief in der Natur sage ich mal für mehrere versunken könnte man sagen genau in der Natur versunken sozusagen und mitbekommen kommt und und den Brief den ihm der Vizepolizeikasin mitgegeben hat der Reinhard Weiß wo eben dann die ostpolsische Polizei gewinnt mit ihm noch zu unterstützen den Kommissar aus Berlin ja das ist dann nichts mehr wert als er plötzlich zurückkommt und das wollte ich so ein bisschen auch wieder zeigen das ist auch ja auch im fünften Band wird das auch so sein das kann ich ja dass Gerhard den Reichstagsbrand gar nicht miterlebt weil das ist auch eine Sache die ich auch erfahren habe was man ja im Geschichtsunterricht nicht erfährt dass dieser Montag an dem der Reichstag brannte dass das der Rosenmontag war und das ist in Köln halt ein ganz wichtiger Tag weil das ist der Haupttag des Karnevals in Köln und deswegen habe ich Gerhard in Köln Karneval feiern lassen und ja gute Dinge die er eigentlich nicht hätte tun dürfen vor allem er trinkt dann auch ziemlich viel und am nächsten Morgen verkartet die Zeitung aufschlägt dann wie der Reichstag brennt Kommunisten sollen das er bekommt es gar nicht so genau mit was da passiert ist aber das ist aber auch der Anlass dass man ihn dann zurück nach Berlin holt und er dann schließlich ja auch in die ganzen Sachen da hineingerät aber was worum es mir dann geht ist einfach zu zeigen meine Hauptfiguren sind nicht immer genau da wo das Wichtige passiert weil wir das ja auch nicht immer sind eben auch bei den Ereignissen die von vornherein auch als historisch zu sehen sind das beim Reichstagsbrand wusste man dass das jetzt was passiert ist und ja ich denke beim Preußenschlag wahrscheinlich auch dass das jetzt nicht nur irgendwie so ein nebensächliches Ereignis sondern da Wendepunkt ist aber da ist man nicht immer zur Stelle also ich war auch nicht in Berlin dass die Mauer gefallen ist Beide Ereignisse lassen Sie wenigstens die Charlotte Ritter erleben Bitte Beide Ereignisse lassen Sie wenigstens die Charlotte Ritter erleben also gut dass sie auch hier zu sprechen kommt die ist ja sehr wichtig die Charlotte Ritter das ist zum Beispiel auch ein Unterschied zu der Fernsehserie die haben die Figur ja auch deutlich anders angelegt wobei im Kern ist die selbe geblieben sie ist eine Frau die Freiheiten der Republik nutzen will um nach oben zu kommen und hat aber in der Fernsehserie noch etwas höher Fallhöhe und ist von Anfang an viel mehr in der Handlung drin bei mir dauert es ja im Grunde genommen bis Goldstein bis zum dritten Band da ist sie auf Augenhöhe mit Gerion Rath und ist quasi die zweite Hauptfigur und in der Fernsehserie ist sie das von Anfang an um nicht zu sagen ist vielleicht höher als Gerion Rath in der Fernsehserie aber das nur am Rande ja Schadone Ritter ist für mich total wichtig als ja das Korrektiv von Gerion Rath sie ist halt vereint viele Dinge die er nicht hat sie ist relativ klar wichtig sie hat einen ganz klaren politischen auch moralischen Kompass sie ist im Grunde genommen ist sie eigentlich schon pflichtbewusste Preußin aber im besten Sinne dieses Wortes also das schon ihrem Gewissen auch verpflichtet und sie ist im Staatsdienst nicht um sich da zu bereichern oder weil sie die Pension ließen sondern weil sie sich der Allgemeinheit verpflichtet fühlt weil sie der Meinung ist der Staat das sind wir alle und ich will mich dafür einsetzen und natürlich ist ein Staat wenn ich mich einsetze sollte ein demokratischer sein wo alle entsprechend auch die gleichen Rechte haben das sind für sie alles ganz wichtige Errungenschaften aber für sie geht wirklich auch was kaputt dann 33 und das sagt sie in dieser Hinsicht sehr blinden Gärin auch immer wieder und das ist auch unter anderem einer der Gründe für ihre doch recht häufigen Streitigkeiten wir sind ja so ein paar die können nicht ohne einander können aber auch nicht so richtig miteinander und gibt es ja auch im richtigen Leben durchaus auch schon mal öfter und ja und das ist ja auch oftmals tragisch irgendwie raufen sie sich dann doch wieder zusammen auch Charlotte macht ja irgendwann auch Dinge die sie sich auch nie hätte träumen lassen und auch in Band 5 zum Beispiel da wird sie irgendwann Gärin Rat helfen eine Leiche verschwinden zu lassen damit die Polizei sie nicht findet hätte sie sich auch niemals träumen lassen dass jemand so weit kommt aber wenn man sich mit Gärin Rat einlässt passieren solche Dinge ja und das ist ich würde auch gerne eine Frage in Bezug auf diese Charlotte-Ritter-Sterne Sie sprechen oft davon in Interviews zum Beispiel dass Sie diese Weimarer Jahre beziehungsweise diese Jahre der Weimarer Republik auch als eine Zeit der vertanen politischen Chancen sehen und im Roman ist für mich eigentlich Charlotte-Ritter die einzige Figur die diese Republik wirklich will alle anderen wollen die Republik nicht sie sind indifferent auch politisch indifferent sie wären nicht bereit sich für diese Republik einzusetzen also wo liegen hier die vertanen Chancen ja würde ich das ansprechen eine Demokratie kann nur Leben und gedeihen wenn die Leute sich für sie einsetzen Indieverwendung Gleichgültigkeit das ist war damals ein sehr sehr großes Problem und das ist glaube ich auch heute wenn wir hier in der westlichen Welt also die Transitionslinien seit der Aufklärung der liberalen westlichen Demokratien die ja alle in jedem Land mehr oder weniger stark bedroht sind wenn man das nicht anschaut die Gleichgültigkeit der Demokratie gegenüber ist die fast die noch größere Gefahr ist die offene Feindschaft also ich habe das mir zum Beispiel nicht träumen lassen ich hätte das niemals für möglich gehalten dass es auch in Deutschland nochmal so weit kommt dass wirklich auch die Demokratie selbst in Gefahr ist und das ist nicht ganz akut so aber es wird immer mehr und die Gefahren kommen ja von allen Seiten die kommen ja nicht nur von der politischen rechten Seite sie kommen ja auch aus anderen Dingen dass die Presse immer weniger eine Rolle spielt weil sie ja auch das Internet letzten Endes wird Qualitätsjournalismus immer schwieriger durchzusetzen da hat auch immer weniger Akzeptanz also ich finde man hat das ja wirklich wie weit das führen kann gesehen ohne dass jemand die Pressefreiheit aushebelt kann es dennoch dazu führen dass man dazu hat wie in den USA mit Trump der wirklich Medien seriöseste Medien wie die New York Times als Fake News bezeichnet und sein eigenes Lügengebäude als die Wahrheit verkauft und das ist ja das Neue damit durchkommt das hätte es noch vor zehn Jahren glaube ich nicht gegeben das sind alles ganz viele Dinge die letzten Endes momentan auch ja unsere Art zu leben und bedrohen und die Gleichgültigkeit das finde ich das Schlimme die Menschen also in Deutschland ist es definitiv so die nehmen es als selbstverständlich hin die Freiheiten die sie haben das ist eben so dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist der Rechtsstaat und alles dass es eine Errungenschaft ist die erkämpft worden ist wo viele Leute für gestorben sind gerade im Falle von Deutschland sind auch sehr sehr viele Nichtdeutsche dafür gestorben dass wir die Demokratie bekommen haben ja also alle die gegen Nazideutschland gekämpft haben und man darf da nicht gleichgültig sein man muss man muss dafür eintreten man muss sie erhalten wollen die Demokratie sonst ist sie irgendwann weg und das ist auch etwas was ich eben in der damaligen Zeit festgestellt habe neben der offenen Gegnerschaft und der Skepsis die war auch da es war die erste Demokratie in Deutschland und sie hat es eben nicht leicht weil sie musste ja die Folgen des verlorenen Krieges ausbaden das hatte man hat das Kaiserreich versemmelt diesen Krieg aber es wurde der Demokratie der Republik in die Schuhe geschoben und die hohen Reparationszahlungen und das hat das Ganze nicht leichter gemacht für die Republik da Akzeptanz zu finden jedenfalls neben diesen Skeptikern gab es ganz viel denen es einfach egal ist wie geht man im Rat mir doch egal wer mich regiert ist doch ganz egal Hauptsache dass nochmal das Leben geht irgendwie weiter aber es ist eben nicht egal das ist doch das ist gerade eine fatale Haltung das macht es möglich dass gerade diese bürgerliche Ordnung wie ich vorhin gesagt habe der Rat versucht sich an diese bürgerliche Ordnung zu klammern die es überhaupt nicht mehr gibt ja genau das will er nicht wahrhaben dass diese dass diese ganze Demokratie schon vorbei ist ja das ist eine optische Täuschung die sich ja viele im Bürgertum hingegeben haben die ihr gemütliches ich sag mal ein biedermeierliches Leben weiterleben wollten und gar nicht gemerkt haben was um sie rum da alles schon zerstört war dass es eben eine ganz andere Welt war jetzt bin ich immer wieder schon gemeint worden dass unsere Zeit bald um ist also ich hätte noch eine ganze Reihe von Fragen und würde sehr gerne mit ihnen noch weiter diskutieren aber ich glaube jetzt muss ich eine Frage aus dem Publikum stellen die die auch vielleicht als Abschluss gut geeignet ist die Frage lautet was für ein Gefühl ist es bald die Hand von Gerr und Rath loszulassen und werden sie noch ähnliche Bücher schreiben ja also ich werde ja zwei Romane auf jeden Fall noch schreiben also das Projekt ist bis 38 angelegt dann habe ich auch zehn Romane geschrieben das ist auch eine schöne runde Sache und dann ist auch dieses Romanprojekt für mich abgeschlossen wobei es dann auch ein paar andere Dinge gibt ich weiß gar nicht das ist glaube ich in Ungarn noch gar nicht übersetzt ich habe mit Kat Menchik ein kleines Büchlein gemacht Moabit eine Kurzgeschichte eine etwas längere Kurzgeschichte Erzählung mit Illustrationen die im Jahr 1927 so ein bisschen die Vorgeschichte von Charlotte Ritter beleuchtet und bin gerade dabei mit Kat zusammen einen zweiten Band in dieser Art zu machen habe auch noch eine ganze Menge Kurzgeschichten alle aus dem Gerr und Rath Kosmos die hier und da und dort in Zeitschriften und Anthologien und so weiter erschienen sind da gibt es auch die Überlegung also wenn dann der zehnte Roman geschrieben ist das dauert ja auch noch ein bisschen was so zwei vier Jahre ungefähr in Deutschland und war ja noch ein bisschen länger bis es dann ins Ungarisch übersetzt ist jedenfalls würde ich gerne auch diese Kurzgeschichten dann auch mal in einen Sammelwand vereinen und vielleicht noch zwei, drei bis fünf auch neue Kurzgeschichten schreiben weil es gibt nur noch eine ganze Menge so blinde Flecken in Ratsvergangenheit wie war es eigentlich genau dieser Skandal Todesschuss dessen wegen er dann eben nach Berlin wechseln musste und so und viele andere Dinge könnte man erzählen so die Nebengeschichten der Romane diese kleinen Geschichten das würde ich dann vielleicht noch machen das wäre überhaupt sozusagen der letzte Trostpreis wie man das auch mal nennen will ich werde definitiv nach dem zehnten Roman keinen Gerren-Rath-Roman mehr schreiben das habe ich mir fest vorgenommen da werde ich mich auch nicht weichklopfen lassen ich muss auch ein bisschen an mein eigenes Leben als Autor denken ich würde auch gerne mal einfach mal was ganz anderes machen ich merke immer schon wenn ich Kurzgeschichten schreibe dass ich da auch schon mehr Freiheiten habe was die Erzählhaltung angeht ich bin in meinen Romanen sehr daran gebunden weil ich ja sehr viele Gesellschaftsschichten sehr viele Figuren da reinnehmen will Personal zu erzählen also immer in der dritten Person singular aus verschiedenen Perspektiven erzählt aber mal eine Ich-Erzählung oder so geht eben nicht und das geht aber in Großgeschichten dann schon und ich würde auch gerne mal irgendwann dann einen längeren Roman einfach mit allen Freiheiten dann erzählen als sei es als Ich-Erzählung also auch immer was was dann sich entsprechend anbietet ich habe auch noch ein paar Ideen in meinen Schubladen die rumliegen die ich auch gerne noch denen ich gerne mal nachgehen würde und das werde ich machen wenn die A3 zu Ende ist und auch die letzten Kurzgeschichten dann veröffentlicht sind Herr Kutscher ich bedanke mich für dieses sehr anregende Gespräch und ich danke auch Herrn Tschüss dass er uns ihre übersetzliche Arbeit besprochen hat ja aus Zeitgründen müssen wir jetzt dieses Gespräch abschließen und mir bleibt nichts übrig als unseren Zuschauern und Zuhörern noch einmal diesen Band die Akte Vaterland Holala Mulatoban wärmstens zu empfehlen denn es ist nicht einfach mal nur ein guter Krimi sondern es ist wirklich gute Literatur ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit ich kann mich bei Ihnen okay Bis zum nächsten Mal.